Sieben Meter im Saison-Endspurt und den beginnen wir beim SCD HFK Leipzig und seinem kroatischen Duo Marko Mamic und Zime Ivic. Die beiden treten in unserem Emoji-Quiz an. Geiles Beine. Das kann sein, das ist Milo. Nein, Batsch. Ich fahre im Training und... Aber geile Beine kannst du von uns benutzen. Amir, aber für die Fahrrad? Schon schwer, oder? Aber das dann Simon & Ernst. Simon & Ernst, ja. Stimmt. 1 zu 0. Für mich, oder? Was? Ja, klar. Hm, was ist das? Ich würde auch wieder sagen, Matsch. Matschik. Matschiken Baller. Das ist okay. Du musst zurück. Ja, ja. Wieso bist du darauf gekommen, dass er das ist? Weil er stark und blumby. Er macht viel Kraft. Er macht viel Kraft. Ja, okay. 2 zu 0. Das ist jetzt schon ein Matchball. Ja, das ist gut. Nur 2 zu 0. Lukas Binder. Alter. Das ist richtig. 2 zu 1. Das ist der Einzige mit dem Mund, oder? Nein, nein. Matschik auch. Mehrere, aber Matschik war schon. Milošević war noch nicht. Nicht, aber keine Ahnung. Ich muss dir das geben. Ja. Sehr gut. 3 zu 1. Huch. Das kann ich nicht. Ich sage nicht. Du bist schon lange in der Mannschaft. Die Wink. Christian Sauras. Ha? Nein, Patrik. Ja, ja. Patrik. Jetzt bin ich. Patrik Wismach. Richtig? 2 zu 2. Ja, ja. Ja, bist du Rekord. Jetzt ist du zu schnell. Jetzt ist es 2 zu 2. Nein. Du kannst riskieren, ja. Also, alle können laufen. Also, jetzt ist es schwer noch. Also, nicht alle, aber fast alle. Lukas Schikala. Richtig! 3 zu 2. 3 zu 2. Du hast vielleicht von hinten aufgewollt. Dankeschön. Dankeschön. Von 2 zu 3 zu 2. Das ist ein bisschen Glück. Sehr, sehr gut. Cool. Weiter geht's mit einem deutschen Nationalspieler im Trikot des HC Erlangen. Christoph Steinert hat seine Traum-Sieben aufgestellt. Hallo, ich bin Christoph Steinert, bin 32 Jahre alt, spiele Rückraum rechts beim HC Erlangen und stelle euch heute meine Traum-Sieben vor. Ja, mein Torwart ist Niklas Landin. Ist wahrscheinlich der beste Torwart der letzten 10 Jahre in der Bundesliga. Und hat sich damit seinen Platz absolut verdient. Mein Traum links außen ist Lars Christiansen. Hat über einen sehr langen Zeitraum wahnsinnig viele Tore geworfen. Es war viel Energie drin, war gleichzeitig aber wahnsinnig viel Kaltschnäuzigkeit dabei. Und er hat echt gute Quoten abgeliefert. Hat mir gefallen, was er gemacht hat. Für die Rückraumreihe habe ich mich entschieden, Spieler zu nehmen, die sowohl im Angriff als auch in der Abwehr gut waren. Deswegen ist auf halb links meine Entscheidung gefallen auf Philipp Jicher. Der über eine gewisse Phase lang alles dominiert hat, von weit draußen Tore machen konnte. Aber auch extrem gut verteidigt hat. Und ich mag es, wenn es so ein Gesamtpaket ist. Rückraum Mitte, habe ich mir überlegt, brauchen wir einen spielintelligenten Spieler. Und da ist meine Wahl gefallen auf Marco Beziak. Bezo hat zumindest von allen Handballern, die ich so kennengelernt habe, mit Abstand den größten Handball IQ. Und deswegen Bezo für Rückraum Mitte. Ja, Rückraum rechts, würde ich sagen, war so mein erstes Idol. Kim Andersson, unangefochten, der Beste auf seiner Position für wahrscheinlich die letzten 30 und vielleicht sogar die nächsten 30 Jahre. Also erstmal war all das, was er so gemacht hat, sehr ästhetisch, hat sich gut bewegt. Und dann konnte er einfach alles. Er hatte einen unfassbaren Schlagwurf, einen richtig guten Sprungwurf. Und was seinerzeit wahrscheinlich aber so ein bisschen voraus war, er hat auch echt jeden freien Mann gesehen. War schon beeindruckend, was der gemacht hat. Ja, rechts außen ist für mich Hans Lindberg. Hans Lindberg spielt schon unfassbar lange, unfassbar gut und bestätigt das gerade in seiner, ich weiß es nicht, 20. Bundesligasaison. Mit dem besten Auftritt in, weiß ich nicht, 40 Spielen bis jetzt, die er irgendwie jemals gemacht hat, ist absolut beeindruckend, was er abliefert. Kreisläufer, da habe ich mich für jemanden entschieden, der auch hinten und vorne sehr gut ist und der vor allen Dingen für mich viel zu selten MVP geworden ist in den letzten, weiß ich nicht, acht Jahren. Und das ist nämlich für mich Hendrik Pekeler. So einer der komplettesten Handballer, die ich jemals habe, spielen sehen. Einmal noch mitraten und zwar mit den Jungs vom TVB Stuttgart. Wir wollten wissen, wie gut sich Patrick Zieker und Adam Lönn in deutscher Jugendsprache verstehen. Unser Lippenlesen-Spezial. Unser Lippenlesen-Spezial. Cringe. 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 Der nächste, der nächste. Edmann. Ellebrecher. Edmann. Ich habe keine Chance. Ehrenmann. Schwierig. Okay, nächste, nächste. Ich glaube, das nächste kennt ihr nicht. Habibi. Habibi, Habibi! Stark. Saftig, knaftig. Saufen. Saftig, knaftig. Naftig. Saftig, knaftig. Saftig. Lefty, saftig. Saftig, knaftig. Safi. Halb, halb. Saftig, knaftig. Safte. Er hat ja beide eigentlich gesagt. Okay, wir machen die nächste. Lust. Lust. Reudig. 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 Sag was. Komm. Ich muss nochmal gucken. Okay. Reudig. Muss ich mir mit? Ja, aber es ist schwierig zu sehen, was du machst. Reudig. Wirken. Reudig. 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 Ich gehe gegen Muskelkater hier. Das Gesicht. Reudig. Kokain. Ei, hör auf. Reudig. Kochen. Reudig. Cocktail. Nein, nein. Ehrenmann. Einbrecher. Ehrenmann. 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 Schön. Okay. Cringe. Cringe. Quisch. Cringe. Auf Englisch. Cringe. Quisch. Cringe. Quisch. Cringe. Gleiche. Ja, fast. Cringe. Wisch. Er ist deutsch. Er kennt das nicht. Ich höre nichts. Fertig? Alter. Ja, das war schwer, gell? Ey. Ehrenmann hast du. Habibi. Sofort. Lost war auch. Erste war cringe. Cringe. Etwas ist cringe. Ehrenmann hast du gut gemacht. Saftig knaftig hast du auch gesagt. Was? Saftig knaftig. Das hast du eigentlich gesagt. Aber ein Wort. Ein, ein, ein Wort. Und dann die andere. Lost. Reudig war der Letzte. Reudig. Reudig. Und das war 7 Meter für diese Saison. Wir wünschen euch viel Spaß im Saison-Endspurt und freuen uns auf die kommende Spielzeit.